haben immer noch mehr als genug steine werden auch noch mehr als genug stein zusammenkriegen also Und ja, ein Sonnenaufgang wäre nicht schlecht. Im Dunkeln ist doch ein bisschen arg schwer zu sehen, was man macht. Wenn man solche Fitzelarbeiten macht teilweise. Okay, ihr seid alle drei beim Abgeben. Auch nicht schlimm. Okay, ihr seid alle drei beim Abgeben. Oh, nix Holz fällen, du Prawi. Du Holz fällen. Okay. 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 So, die Bäume wegmachen. Dann kannst du wieder beim Bauen helfen. Dann können wir hier gleich die nächste Reihe in Planung geben. Dann können wir hier die Reihe in Planung geben. Dann können wir hier die Reihe in Planung geben. Dann können wir hier die Reihe in Planung geben. Dann können wir hier die Reihe in Planung geben. Das heißt, der Quarry kriegt das mal einen... ... ... ... ... Befehl, dass er nicht mehr genutzt wird. So, und ihr macht jetzt mal Holz. Während die anderen aufbauen. Und ja, ich habe ja gesagt, ich fälle erstmal hier die Bäume. Dann fange ich erst hier oben an, die Bäume zu fällen. Und dann die Bäume hier drüben. ... 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 Der vierten Task. Ja, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Nächste Runde Und ja, hier drüben gibt es doch genug, schön viel Holz Muss halt alles hier rüber transportiert werden Und schön, du erhöhst jetzt schon mal hier Den Rand Und ja, hier drüben sind wir Ach ja, ich liebe es, wenn ein Plan anfängt Vormann zu nehmen Ach ja, der gute Hannibal Ach ja, hier drüben sind wir Ach ja, hier drüben sind wir Ach ja, hier drüben sind wir Nein Stopp, 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 stopp Okay, wie machen wir das jetzt am geschicktesten Na, aus Oh, gut Okay, hier drüben sind wir Okay, hier drüben sind wir Das war jetzt so nicht geplant, hätte ich gesagt Aber auch gut Okay, hier drüben sind wir Okay, hier drüben sind wir Kannst du eigentlich gerade wieder auffüllen Ups, wo habe ich es jetzt hin verschoben? Okay, dann machen wir das anders So, also erst einmal Erst einmal Erst einmal wieder Baumstimmen in Auftrag geben, weil die sind schon wieder fertig hier, die Jungs So 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 Okay. Kein Problem, dass da was aus Versehen abgetragen wurde. Das können wir ja auch nach und nach wieder auffüllen. Was ist das? Kriegst du den Baum da nicht gefällt? Aber ja, gut. Leider ist es mal wieder so weit zu speichern. So. Einmal überschreiben bitte. Und dann gibt es hier jetzt wieder einen Cut. Also, bis gleich.